Jetzt sehe ich mich. Heute haben wir ein besonderes Thema, was nicht hundertprozentig mit Steuern zu tun hat, aber generell mit dem gesamten Finanz-Setup. Das ist unsere Agenda heute. Das heißt, wir reden über ein paar Themen. Was brauche ich eigentlich als Selbstständiger? Was muss ich eigentlich machen? Was ist so mein bestes finanzielles Setup? Das heißt, was brauche ich eigentlich? Was muss ich machen? Was muss ich vielleicht abgeben? Was kann ich auch selber machen? Wie kann ich es idealerweise am besten selber machen, am günstigsten selber machen? Was kann ich abgeben, wenn ich es abgeben will? Und so weiter. Ich finde das ganze Thema mehr Kontenmodell, das ist immer so ein Thema, das ist so ein Buzzword, das fliegt immer rum. Es gibt wahnsinnig viele Modelle, das 3 Kontenmodell, das 5 Kontenmodell, das 7,5, 9,75 Kontenmodell, das gibt es alles. Ich habe mir keine Ahnung wie viele Modelle angeschaut und ich will eigentlich ganz gerne mal so die Basics, die wichtigsten Konten, die möchte ich mit euch eigentlich einfach heute mal durchgehen. Das heißt, was ist eigentlich der Kern der ganzen Idee, mehrere Konten zu haben? Ich möchte das ganze Thema Gehalt als Selbstständiger mal ansprechen. Wie wird das kalkuliert? Wie solltest du damit umgehen, deine eigene Bezahlung quasi? Dann ist die große Frage, selber machen oder outsourcen? Und ihr kennt das quasi von mir. Ich werde euch jetzt nicht sagen, dass ihr alles an uns, die Contest Steuerberatung, abgeben sollt und müsst. Ich werde euch auch sagen, dass und wie ihr eventuell unter welchen Umständen es auch einfach selber machen könnt und sollt. Dann will ich einfach nochmal auf ein neues Feature von Contest eingehen, was es quasi gibt und was es quasi auch erst seit heute, gestern, also was jetzt gerade ganz neu ist, was wir uns gerade überlegt haben. Darauf möchte ich ganz am Ende auch nochmal eingehen. Erstmal möchte ich kurz zwei, drei Schritte zurückgehen und sagen, was brauchst du ihr als Selbstständiger eigentlich? Das heißt, was ist quasi die Einkaufsliste, wenn ihr euch jetzt selbstständig macht? Was solltet ihr alles haben, machen? Wozu seid ihr verpflichtet? Das ist erster Schritt. Ihr solltet ein separates Bankkonto haben. Wenn ihr Contest-Kunde seid, dann habt ihr eigentlich in der Regel zwei Konten, weil Contest ist ein reines Geschäftskonto. Das heißt, dann habt ihr das schon mal separiert. Für alle Leute, weil ich kriege das immer mal wieder mit, dass Leute sagen, das muss man ja gar nicht. Ne, muss man auch nicht. Das Problem ist, wenn ihr kein separates Geschäftskonto habt, dann habt ihr immer so ein kleines Problem. Und zwar, ihr müsst alle Buchhaltungsunterlagen zehn Jahre aufbewahren, die steuerlich relevant sind. Und wenn ihr quasi auf ein Privatkonto, mal privat, mal geschäftlich Transaktionen durcheinander habt, dann müsst ihr auch eure ganzen privaten Finanzunterlagen zehn Jahre aufbewahren, müsst ihr. Und ihr müsst vor allen Dingen, wenn das Finanzamt irgendwo mal eine Prüfung macht, müsst ihr quasi auch dem Finanzamt eure ganzen Privatkontoauszüge usw. geben. Da haben sie normalerweise keinen Anspruch drauf, dass sie das von euch fordern können. Machen sie aber, wenn ihr da geschäftliche Ein- und Ausgaben habt. Deswegen, sobald was geschäftliches über die Privatkonten läuft, müsst ihr alles aufbewahren und müsst auch unter Umständen alles offenlegen im Rahmen einer Prüfung. Und deswegen empfiehlt es sich immer, ein Konto für 100 Prozent privat zu haben und ein Konto zu 100 Prozent geschäftlich zu haben. Das ist, ich würde mal sagen, die erste Ordnung. Ich persönlich empfehle, ich würde es mal anders ausdrucken, vielleicht nicht als Geschäftskonto. Ich würde auch über das Geschäftskonto alle steuerlich relevanten Ausgaben machen. Eine Krankenkasse, eine private Haftpflichtversicherung und all diese Ausgaben sind zwar keine Betriebsausgaben. Es ist aber wahnsinnig hilfreich, wenn du quasi alle steuerlich relevanten Ausgaben und Einnahmen auf einem Konto hast. Und zwar aus dem einfachen Grund deswegen, weil ihr euch einmal im Jahr hinsetzen werdet und euch überlegt, was kann ich dieses Jahr dann alles ansetzen und was war denn da nochmal. Und es ist wahnsinnig hilfreich, wenn ihr ein Konto habt und auf diesem Konto quasi separat einmal aufgelistet alles steuerlich Relevante habt. Klar müsst ihr noch eine Buchhaltung machen und so weiter, aber ihr habt quasi an einem Ort einfach alles, was irgendwie für die Steuer relevant ist. Und das ist, wenn ihr zumindest so arbeitet wie ich, dass ihr euch einmal im Jahr hinsetzt und sagt, hm, was war denn in dem Jahr nochmal. Das ist wahnsinnig hilfreich, wenn ihr zum Beispiel einfach auf einem Konto die steuerlich relevanten Einnahmenausgaben habt. Und dazu gehören halt auch Sonderausgaben. Zum Thema Sonderausgaben gibt es noch ein anderes Video, auch auf dem Kanal, was ich vorher schon aufgenommen hatte. Das könnt ihr euch gerne irgendwann mal anschauen, aber was ihr so an Sonderausgaben ansetzt, das sind in erster Linie Altersvorsorge, das sind Krankenversicherungen, Haftpflichtversicherungen und so weiter. Auch das würde ich an eurer Stelle eher über das Kontiskonto bezahlen. Gar nicht, weil es eine Betriebsausgabe ist, muss dann als privat kategorisiert werden. Sondern viel interessanter ist es deswegen, weil ihr das halt alles an einem Ort habt und dann, keine Ahnung, nach, was gibt's für Krankenkassen, Technikerkrankenkasse suchen könnt. Und dann habt ihr halt einmal das alles aufgelistet und dann fällt es euch pro Jahr sehr einfach und es ist sehr schnell, dass ihr das findet, alle eure Ausgaben. Ich persönlich bei vielen anderen Bankkonten habe immer nur Zugriff auf die 180 letzten Tage. Das ist bei Kontos jetzt nicht limitiert. Das heißt, da könnt ihr ja grundsätzlich das ganze Jahr durchsuchen, auch wenn ihr für letztes Jahr beispielsweise noch rausfinden wollt, was ihr da an Ausgaben hattet. Das ist erstmal alles rund ums Bankkonto. Ja, es gibt keine rechtliche Verpflichtung dazu. Ihr müsst es nicht machen. Aber aus den genannten Gründen würde ich es euch doch sehr empfehlen. Was ihr dann machen müsst, wenn ihr selbstständig seid, ihr müsst eine Buchhaltung machen. Es gibt unterschiedliche Arten, eine Buchhaltung zu machen. Wenn ihr Freiberufler seid oder Gewerbetreibender mit unter 60.000 Euro Gewinn oder 600.000 Jahresumsatz, dann reicht euch eine Einnahmenüberschussrechnung. Das ist auch ein Unterschied, Einnahmenüberschussrechnung und Bilanzierung. Einnahmenüberschussrechnung ist, ihr bucht quasi eigentlich in Anführungszeichen nur die Bankkontoauszüge. Das heißt, da gibt es ein Zufluss-Abfluss-Prinzip und es ist etwas steuerlich erst dann relevant, wenn es auf dem Bankkonto passiert. Ein Beispiel zu geben, wenn ich Bilanzierer bin, muss ich quasi dann Steuern zahlen, wenn ich eine Rechnung geschrieben habe, weil dann habe ich schon einen Gewinn gemacht, dann habe ich schon eine Forderung. Und wenn ich Einnahmenüberschussrechnung erstelle, dann erst, wenn das Geld da ist. Und das kann bei Jahresübergängen natürlich immer passieren. Wenn ich im Dezember eine Rechnung schreibe, dann muss ein Bilanzierer das im Dezember noch versteuern und jemand eine Einnahmenüberschussrechnung macht, dann erst, wenn es im Januar oder Februar oder wann auch immer bezahlt worden ist. Das müsst ihr machen. Das könnt ihr selber machen. Das könnt ihr abgeben, outsourcen an den Steuerberater. Es gibt aber auch separate Buchhalter. Das ist manchmal häufiger auch günstiger. Aber Buchhaltung müsst ihr auch machen, gesetzlich gesehen. Wenn ihr dann das Jahr unter, macht ihr quasi Buchhaltung. Das macht ihr für die ganze Umsatzsteuer und so weiter. Und wenn das Jahr vorbei ist und ihr eine Steuererklärung macht, dann müsst das Erste, was ihr machen müsst, ist quasi die Buchhaltung abschließen. Dann sind wir beim ganzen Bereich Jahresabschluss oder Einnahmenüberschussrechnung. Da werden meistens noch ein paar Einmaltätigkeiten gemacht, wie z.B. die Anpassung der Kfz-Versteuerung. Das heißt, wenn ihr einen Firmenwagen habt. Ein wichtiger Tipp ist übrigens, ich habe dazu in den letzten Tagen einige Videos gedreht. Das heißt, die letzten Videos, die ich auf diesem Kanal veröffentlicht habe, gehen alle rund um das ganze Thema Kfz-Versteuerung. Ein-Prozent-Regelung, Fahrtenbuch, was ist, wenn ihr das Privatwagen auch für Firmenzweck genutzt und solche Sachen, wie ihr das alles macht. Da gibt es jetzt einige Videos dazu. Schaut euch die gerne mal an. Später auch gerne. Aber das sind so Sachen, die macht man in der Regel einmal im Jahr oder auch so Pauschalen ansetzen. So für Homeoffice beispielsweise und jetzt gibt es ja für letztes Jahr und dieses Jahr gibt es ja so eine Homeoffice-Pauschale. Das sind so Sachen, die macht man in der Regel jetzt nicht auf Monatsbasis in der laufenden Buchhaltung, sondern dann einmal im Jahr mit dem Jahresabschluss. Das Ergebnis, wenn ihr eine Einnahmenüberschussrechnung macht, ist quasi die Anlage EUR. Das ist quasi euer Abschluss. Wenn ihr eure Buchhaltung selbst macht, keine Ahnung, Lex Office oder so, dann habt ihr da auch eine Auswertung und habt dann da eure Einnahmenüberschussrechnung. Wenn ihr jetzt bei uns Mandant seid, relativ easy eigentlich, dann könnt ihr die jederzeit anfordern und abfragen bei uns und wir schicken euch die gerne zu. Aber ansonsten machen wir auch den ganzen Rest für euch und von daher fragt die ab, wenn ihr sie haben wollt. Ansonsten kriegt ihr die, wenn wir die Steuererklärung fertig haben, natürlich auch eure Einnahmenüberschussrechnung. Und dann gibt es zwei bzw. drei Steuererklärungen, die ihr regelmäßig machen müsst. Die zwei betrieblichen Steuererklärungen sind die Gewerbesteuer und die Umsatzsteuererklärung. Und dann müsst ihr eine private Erklärung machen, das ist quasi eure private Einkommenssteuererklärung. Das ist so das, was ihr insgesamt haben müsst. Was hier wichtig ist, das sind so unterschiedliche Bausteine. Ihr müsst selbstverständlich nicht alles bei einem Anbieter haben. Ihr dürft auch alles selbst machen, das heißt, ihr müsst auch keinen Steuerberater haben. Und in der Regel ehrlicherweise macht es auch jeder über unterschiedliche Apps und Tools usw. Einfach aus dem einfachen Grund, weil es zumindest bevor es den Kontist Steuerberatung und Kontist quasi in einer App gab, gab es das noch nicht. Wir können alles für euch abdecken. Das heißt, wir können sowohl eure Geschäftskonto machen, wir können eure laufende Buchhaltung machen, die Einnahmenüberschussrechnung, betriebliche, private Steuererklärung usw. Ihr könnt das aber auch auf mehrere aufteilen. Ihr könnt beispielsweise auch ein Konto haben, ihr könnt die Buchhaltung selbst machen und den anderen Steuerberater haben, der quasi eure Steuererklärung macht. Oder, was wir auch können, und das ist das, was ich euch nachher zeigen möchte und vorstellen möchte, ihr könnt beispielsweise auch ein Bankkonto haben und die Buchhaltung von uns erledigen lassen, den aber einen anderen Steuerberater haben, weil ihr beispielsweise, keine Ahnung, Familienangehörige oder sowas bei einem bestimmten Steuerberater haben wollt. Das heißt, ihr könnt diese Bausteine, die ihr da habt, verteilen auf mehrere Dienstleister oder ihr könnt auch einiges einfach selbst machen davon, wenn ihr sagt, das kriege ich selbst effizient besser hin oder ich mache es auch ganz gern. Also, es soll es ja auch geben, dass Leute auch mal gerne Buchhaltung machen. Jetzt möchte ich aber auf das ganze Thema, also wenn es dazu keine Fragen gibt, das ist das, was ihr quasi gesetzlich vorgeschrieben erledigen müsst. Und dann gibt es eine ganze Reihe an, wie du dich idealerweise organisierst, weil das ist eine, das unterschiedlich alles zu zeigen. Aber, anderes Thema ist, wie baust du so deine Finanzen auf? Kennt ihr wahrscheinlich mit Unterkonten usw. Es gibt unterschiedliche Modelle für Mehrkontenmodelle. Ich bin großer Fan davon und auch wenn ihr auf YouTube sucht oder Blogs sucht, es gibt auch teilweise Bücher davon, auch teilweise sehr, sehr gute Bücher, da wird immer gesprochen von drei Konten, vier Konten, fünf Konten, sechs Konten, 27.000 Konten kannst du alles anlegen für unterschiedliche Modelle. Es gibt aber, wenn ich mir alle anschaue, gibt es Gemeinsamkeiten. Es gibt bestimmte Konten, die ihr quasi haben solltet oder brauchen könnt, die speziell auch Sinn machen als Selbstständiger. Weil es ist auch immer unterschiedlich, ob du jetzt, keine Ahnung, ein großes Unternehmen hast, also Kontist an sich, auch Kontist hat natürlich ein Konto. Ja, Kontist hat natürlich mehr Konten, weil da natürlich mehr Budgets verteilt werden müssen und da wird mehr hin und her gebucht. Wenn ich aber selbstständig bin, das heißt, ich als Solo-Selbstständiger brauche jetzt keine 26 Konten und es ist auch ein bisschen anders meine Anforderungen im Vergleich zu einem Angestellten. Und wenn ich mir das anschaue, alle mehr Kontenmodelle angeguckt, ich habe mir sechs, sieben angeguckt, dann gibt es quasi eine Gemeinsamkeit. Und zwar gibt es einmal quasi ein sogenanntes Eingangskonto. Das heißt, das ist das Konto, wo das ganze Geld hingeht. Das ist so quasi das Basiskonto. Dann ist das Wichtigste am Anfang, dass du Steuern zur Seite legst. Also das Basiskonto, das kann beispielsweise ein Kontiskonto sein. Das Wichtigste dann ist, weil das häufig die größte Position ist, es ist das ganze Thema Steuern. Das heißt, je nachdem, wie viel Gesamteinkommen du hast, musst du Steuerrücklagen bilden. Das ist ein bisschen tricky, aber da hilft dir Kontist auch mit. Da kannst du deine Einkommenssteuer und deine Umsatzsteuer regelmäßig zur Seite legen lassen. Und je nachdem, wie viel du verdienst, musst du halt für die Einkommenssteuer zwischen 0 und 45 % zur Seite legen und für die Umsatzsteuer auch. Das heißt, du bräuchtest ein Steuerrücklagenkonto. Kann man natürlich auch bauen. Auch ihr könnt jetzt hingehen und bei der Sparkasse und Volksbank vier Konten eröffnen und euch dann regelmäßig Geld hinterher beweisen. Kontist hat quasi das Steuerrücklagenkonto automatisch. Dann gibt es quasi das Privatkonto noch, das entspricht quasi dem Gehaltskonto. Ein Angestellter fängt da erst an, der hat quasi das Privatkonto. Das ist quasi das Gehaltskonto und da wird idealerweise per Dauerauftrag Geld hinüberwiesen. Auch für euch als Selbstständige ist es am besten, wenn ihr einen Dauerauftrag habt oder zumindest manuell immer den gleichen Betrag, dass ihr euch am Anfang des Monats so etwas wie ein Gehalt auszahlt. Da komme ich gleich noch dazu, wie man das am besten macht und wie ihr es auch berechnet und ein paar Sachen, über die man da beachten solltet. Aber idealerweise habt ihr ein Gehaltskonto, ein Privatkonto. Wenn ihr jetzt an Fintech interessiert seid, dann ist es auch eigentlich immer ganz interessant, weil Bankkonten, also zu N26 sind Überweisungen halt super schnell, zu Tremor Bank super schnell. Durch den ganzen Vivid, vielleicht kennt ihr das, da sind Überweisungen von Kontos immer super schnell da. Die sind innerhalb von Minuten tatsächlich dann teilweise da, manchmal dauert es ein paar Stunden. Aber es ist jetzt nicht so, dass es zwei, drei, vier Tage dauert, bis das Geld irgendwo auf dem Konto da ist. Das heißt, ihr habt quasi euer Hauptprivatkonto. Da sollten übrigens idealerweise so zwei bis drei Monatsgehälter sein. Das heißt, Gehälter ist bei euch natürlich schwierig, aber wenn ihr euch regelmäßig Geld auszahlt, da sollte ungefähr so viel Geld drauf sein, dass ihr zwei bis drei Monate eure privaten Fixkosten zahlen könnt. Also Miete, Lebensmittel, Auto, Privat, wenn ihr ein privates Auto habt. Das sind so alle laufenden Kosten, alle Fixkosten. Die sollten zwei bis drei Monate, sollten quasi auf eurem Hauptprivatkonto liegen. Und dann solltet ihr ein generelles Rücklagen- und Sparkonto haben. Da kommt auch häufig die Frage auf, solltet ihr als Selbstständige vielleicht ein Rücklagenkonto für eure Selbstständigkeit haben und eins fürs Privat? Könnt ihr trennen? Das ist dann so viertens, könnt ihr beliebig häufig quasi auftrennen. Auch nach, ich spare einmal nur für den nächsten Urlaub und ich spare einmal für die Rente. Das sind natürlich unterschiedliche Sparziele und da habt ihr unterschiedliche auch vielleicht Anlage und Versicherungspakete und was weiß ich, was man da alles haben kann. Da möchte ich gar nicht so sehr tief drauf eingehen, weil ich bin jetzt auch kein Experte für Altersvorsorgeprodukte. Was ihr braucht, ist ein Rücklagenkonto und ihr müsst, also es gibt jetzt auch keinen Grund, warum ihr ein Rücklagenkonto quasi separat fürs Unternehmen haben solltet und einmal privat. Weil, da kommt es häufig zur Verwirrung, die Transaktionen zwischen dem Geschäftskonto und dem Privatkonto, da passiert steuerlich überhaupt nichts. Das heißt, wenn ihr zwischen diesen Konten Geld hin und her überweist, dann passiert steuerlich überhaupt nichts. Das heißt, wenn ihr einen Dauerauftrag monatlich auf euer Privatkonto macht, müsst ihr nicht dafür Steuern zahlen für das Geld, was ihr euch privat entnehmt, sondern die Steuern werden nur darauf bezahlt auf euren Gewinn. Es ist vollkommen egal, auf welchen Konten ihr diesen Gewinn liegen habt. Deswegen ist, wenn ihr es einfach haben wollt, dann macht ihr noch einen Rücklagen, ein Sparkonto und packt da einfach Rücklagen drauf, die ihr dann sowohl für euer Unternehmen nutzen könnt, als auch für euch privat. Das kann man natürlich beliebig aufgliedern. Ich persönlich habe das zum Beispiel geteilt, dass ich einmal halt für kurzfristige Ansparungen, das ist dann halt sowas wie Urlaub und so weiter, und einmal langfristige Altersvorsorge. Und das heißt, ich persönlich habe fünf Konten bzw. dadurch, dass Kontist mir mein Eingangskonto und mein Steuerrücklagenkonto eins ist, habe ich dann halt vier. Das heißt, ich habe einmal das Geschäftskonto Kontist, das sind quasi eigentlich zwei Konten in einem, das ist das Steuerrücklagenkonto und das Eingangskonto, dann habe ich das normale Privatkonto, dann gibt es ein Rücklagenkonto für kurzfristige Anschaffungen, bei mir steht gerade Nachwuchs an, da muss auch eine ganze Menge angeschafft werden, da haben wir dann die ganzen Sparraten draufgepackt und noch ein Konto, wo es tatsächlich um Altersvorsorge geht. Und nur als Größenordnung, Angestellte zahlen insgesamt 18,6% in die Rentenversicherung ein von ihrem Gehalt. Und das ist auch so eine Benchmark, die auch für Selbstständige durchaus von Gültigkeit ist, weil das ist das, was ihr auch zahlen würdet in die Rentenversicherung, wenn ihr angestellt sein würdet. Das heißt, wenn ihr euch überlegt, wie viel solltet ihr idealerweise fürs Alter zurücklegen, 19, 20% ist ungefähr das, was Angestellte zahlen und wäre deswegen auch so ungefähr die Hausnummer, die ihr zur Seite packen solltet. Mike Hefer, gute Frage, von welcher Bezugsgröße 20%? Vom Bruttogehalt. Ist natürlich ein wenig verwirrend, weil wir als Angestellte, also es gibt ja ein Bruttogehalt, was ich als Angestellter verdiene und davon kommt diese ganze Sozialabgabe. Aber mein Arbeitgeber, wenn ich angestellt bin, zahlt ja auch nochmal fast die Hälfte der Sozialversicherung. Das heißt, es gibt auch ein Arbeitgeberbrutto und dummerweise ist die Bezugsgröße immer das Brutto, was meiner Meinung nach eine vollkommen beliebige Zahl ist, weil interessant, als Selbstständiger habe ich ja immer quasi das Arbeitgeberbrutto, weil ich zahle meine Sozialversicherung auch vollständig. Deswegen, also ich lege jedem ans Herz so ungefähr 15-20% für die Rente zur Seite legen. Jemand, der vielleicht auch früher in Rente gehen möchte, der geht halt eher Richtung 20%, 25%, 30%. Jemand, der sagt so, nee, ich baue lieber was auf, dann habe ich auch den Wert, den kann ich dann später verkaufen oder ihr investiert auch einfach auf anderen Wegen, indem ihr Immobilienvermögen aufbaut oder wie auch immer, würde ich tatsächlich das machen. Und die Bezugsgröße bei Selbstständigen sollte dann immer der Gewinn sein. Das heißt, ihr geht einfach hin und schaut, was ihr an Gewinn habt und packt davon 15%, 20% quasi zur Seite. Ich würde sagen, alles unter 15 bist du eigentlich unterversichert. Und muss man leider so sagen, das ist natürlich am Anfang der Selbstständigkeit schwieriger. Wenn man dann 10, 20 Jahre selbstständig ist, dann sind 15% zur Seite legen für das Alter auch drin. Ich kann euch empfehlen, dass das ungefähr die Hausnummer sein sollte im Durchschnitt. Ihr müsst euch jetzt keinen Stress machen, wenn es die ersten 1, 2, 3 Jahre vielleicht gar nichts ist. Ich habe ehrlicherweise in meinen ersten 3 Jahren, am Ende waren es fast 5 Jahre überhaupt gar nichts zur Seite gelegt. Ich war ganz froh, dass ich monatlich meine Miete zahlen konnte. Aber es ist gewachsen und so weiter und das war dann halt irgendwann dann auch möglich. Das ist nur so, dass ihr so als grobe Nummer haben solltet, dass das ungefähr das wäre, was für euch ja auch zurückgezahlt werden müsste. Als Selbstständiger hast du natürlich den Vorteil, dass du nicht in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen musst. Das heißt, du hast jetzt nicht die Verpflichtung, du darfst frei auswählen, wohin du es zahlst. Das ist aber auch noch ein Thema, auch Rentenversicherungspflicht, die eventuell kommt und so weiter. Dazu machen wir bestimmt auch mal irgendwann Inhalte, weil es gibt ja auch die Kontist-Stiftung. Da sind wir politisch deutlich dichter dran, was da so passiert. Da bin ich nicht so super der Experte, dass ich weiß, wer jetzt wo wie dran ist. Ich kann euch nur sagen, so im Alltag solltet doch weniger als 15% fürs Alter vom Gewinn zurücklegen. Natürlich macht man seinen Gewinn pro Jahr, auch seine Buchhaltung pro Jahr. Und ich habe immer auf ungefähr gerechnet und dann quartalsweise oder halbjährlich habe ich dann einfach mal gecheckt, wie viel Gewinn habe ich gemacht und habe dann meine regelmäßigen Daueraufträge auf so ein Sparkonto angepasst. Weil ich habe da einen Dauerauftrag von meinem Privatkonto, also hier von meinem Privatkonto, auf mein Rücklagenkonto fürs Alter. Habe ich da immer zur Seite gelegt und das ging per Dauerauftrag. Und den habe ich einfach angepasst nach einem Quartal, nach einem halben Jahr, wenn ich gemerkt habe, ich habe jetzt viel mehr verdient, habe jetzt viel weniger verdient. Wie gesagt, ihr müsst euch ja von niemandem rechtfertigen. Deswegen, ihr seid diejenigen, also euer Zukunfts-Ich ist die Person, für die das denn relevant ist oder irrelevant ist. Und deswegen ist das so, dürft ihr das so machen, wie es für euch passt. Es gibt einige Leute, die sind deutlich auch sicherheitsorientierter als andere, aber nur, dass ihr das schon mal so gehört habt. Wichtiger Punkt, ähnlich wie Maikäfer gesagt hat, zahle dich zuerst. Absolut wichtige Grundregel. Da darf jeder gerne mal ehrlich sein, für mich war das ein Riesenunterschied. In der Theorie wusste ich das, für mich war das aber ein Riesenunterschied, als ich angefangen habe, meine Kalkulation so aufzubauen, als wenn ich quasi angestellt bin. Als wenn mein Gehalt eine feste Position war in der Buchhaltung. Das heißt, dass ich einfach mir Geld bezahlt habe als festes Gehalt und ich nicht nur den Rest übrig bekommen habe. Weil die Einnahmenüberschussrechnung funktioniert halt einfach eigentlich immer so, dass mein Einkommen quasi immer der Rest ist. Also ich habe meinen Umsatz, ich habe meine Ausgaben und mir gehört der Rest. Und man denkt gar nicht darüber nach, dass man eigentlich der wichtigste Mitarbeiter ist. Stellt euch mal vor, ihr hättet einen Mitarbeiter. Der macht 100% von eurem Umsatz. Der ist am Wochenende da. Wenn es Probleme gibt, ist er da. Wenn ein Kunde Stress macht, ist er da. Wenn es Zahlungsschwierigkeiten bei irgendwem gibt, ist er da. Im Zweifel verzichtet er auf den Gehalt. Was wäre das für ein Mitarbeiter, den ihr da hättet? Den Mitarbeiter habt ihr und das seid ihr. Und ihr würdet doch alles dafür tun, damit sich dieser Mitarbeiter bei euch im Unternehmen nicht schlecht fühlt. Ihr würdet doch wirklich alles dafür tun, damit er bloß nicht einen Tag zu spät seinen Gehalt bekommt. Und ihr seid das. Ihr seid immer da. Ihr kümmert euch alles. Ihr macht unter Umständen 100%ig von eurem Umsatz, wenn ihr alleine arbeitet. Behandelt euch bitte auch entsprechend. Behandelt euch so, dass ihr euch wohlfühlt in eurem Unternehmen. Behandelt euch wie das, was ihr seid. Euer wichtigster Mitarbeiter. Und wenn ihr Preise kalkuliert, sollten die so kalkuliert sein, dass euer Stundensatz da dran ist. Ich habe nochmal ein ganz ausführliches Webinar auch schon mal gegeben zur Stundensatzkalkulation. Den findet ihr hochgeladen auf dem Kanal. Es lohnt sich deswegen auch übrigens generell den Kanal zu abonnieren. Wir laden drei, vier Videos pro Woche hoch. Aber gerade Stundensatzkalkulation und was man da machen kann und wie man auch sein eigenes Gehalt quasi in der Stundensatzkalkulation da reinpackt. Das erkläre ich dann nochmal ganz ausführlich. Euer Gehalt muss davon aber Bestandteil sein. Ihr sollt nicht diejenigen sein, die am Ende irgendeinen Rest bekommen, sondern ihr seid die wichtigsten Mitarbeiter, die ihr habt in eurem Unternehmen. Behandelt dich selbst und deswegen zahle dich selbst zuerst. Dieser Mitarbeiter, also ihr, seid die wichtigste Person in eurem Unternehmen. Mike Käfer vom Gewinn vor Steuern. Also ja genau, vom Gewinn vor Steuern. Das ist quasi euer Brutto. Du zahlst ja auch vom Brutto die Steuern. Davon zahlst du es. Und da gibt es ein tolles Buch. Bodo Schäfer hat sowas auch geschrieben mal wieder. Das Buch, was ich hervorragend finde, ist Profit First. Das ist ein gutes Modell. Sagt eigentlich das aus, was ich gerade erklärt habe. Lesetipp für jeden, der mal was lesen möchte, kann ich euch sehr ans Herz legen. Ist auch sehr einfach zu lesen, also einfach beschrieben. Und der sagt genau das, was ich gerade gesagt habe. Die klassische Rechnung und auch so eine Einnahmen-Überschuss-Rechnung. Gesetzlich, wie man es eigentlich machen muss. Ihr habt einen Umsatz. Das heißt, ihr habt Einnahmen, dann habt ihr Kosten und anschließend habt ihr euren Gewinn. Und das ist das, was bei euch bleibt. Ich werde jetzt nicht anfangen, irgendein Mindset-Coach zu werden oder euch irgendwie zu coachen. Und das Wort Mindset ist auch super strapaziert und ich möchte das eigentlich nicht in den Mund nehmen. Aber euer Selbstbild sollte ein anderes sein. Und zwar seid ihr euer wichtigster Mitarbeiter. Und wenn ihr einen Umsatz macht, dann bezahlt bitte euren wichtigsten Mitarbeiter gleich als erstes. Und zwar bezahlt euch euer Gehalt, bezahlt dann eure Kosten und dann macht euer Unternehmen Gewinn. Und dieser Gewinn gehört euch selbstverständlich auch oder gehört erstmal eurem Unternehmen. Natürlich denkt man nicht so in einem Unternehmen und Budgets hin und her. Es fühlt sich manchmal ein bisschen schizophrener an, wenn man sagt, ich als Privatperson und ich als Unternehmen. Aber ihr seid quasi euer Unternehmen. Ihr habt euer Unternehmen. Und bitte bezahlt euch als erstes. Die große Frage ist, bei allen Sachen, die ihr machen könnt und wollt und so weiter, solltet ihr euch ein paar Fragen stellen. Und zwar grundsätzlich immer, was kannst du eventuell lassen? Kriege ich auch immer häufiger mit. Es gibt Selbstständige, die sind wahnsinnig gut organisiert. Die haben Excel-Listen für alles. Und zwar ohne Ende Excel-Listen für Budgetplanung und hier und da. Und haben riesen Verwaltungsapparat aufgebaut. Das müsst ihr nicht machen. Gerade auch wenn ihr z.B. das Kontist-Bankkonto nutzt, dann ist die Steuerrücklage halt automatisch. Es gibt viele Selbstständige, die machen das auch. Die haben quasi eine Excel-Liste gebaut dafür. Könnt ihr machen. Ich kenne Leute, die brauchen dafür eine halbe Stunde die Woche, sich ihre Steuerrücklagen auszurechnen. Könnt ihr machen. Kannst aber auch bleiben lassen, indem du halt einfach das Kontist-Bankkonto nutzt. Dann solltest du dir überlegen, ob das, was du denn noch machen musst, d.h. das, was du weißt, was du machen musst, ob du das vielleicht outsourcen kannst, ob du das abgeben kannst an irgendwen. Das ist z.B. hast du da Buchhaltung, kannst einen Buchhalter abgeben, Steuern, Steuerberatung an einen Steuerberater. Wie auch immer, das geht halt alles. Und es gibt ein paar Sachen, die du machen musst. Wenn du so einen All-Inclusive-Service hast, dann musst du zumindest einmal im Jahr irgendwie unterschreiben und den Daumen hoch geben, dass das alles richtig war. Und die Frage, was du outsourcen und selber machen solltest, da solltest du dir immer die Frage stellen, was ist quasi dein Stundensatz? D.h. was verdienst du eigentlich in deiner Stunde? Und zwar in deiner Gesamtstunde. Manchmal, wenn man 40 oder 50 Stunden die Woche arbeitet, dann kann man ja nur 20 Stunden für einen Kunden arbeiten. Und die rechnet man dann mit 100€ ab. Aber da ihr insgesamt auch 40 Stunden arbeitet, habt ihr auch nicht abrechenbare Zeit oder uneffiziente Zeit oder wie auch immer ihr das benennt, aber ihr habt auch nicht abrechenbare Zeit. D.h. euer tatsächlicher durchschnittlicher Stundensatz in der Stunde, in der ihr arbeitet, ist nicht 100€, sondern in dem Fall wäre er dann halt 50€. Und das solltet ihr euch immer überlegen. Was ist euer tatsächlicher Stundensatz, wenn ihr arbeitet? Was ist euer Stundensatz, während ihr jetzt dieses Webinar schaut? Und das gehört natürlich zur Selbstständigkeit. Das ist jetzt Arbeitszeit. Also ich würde mich freuen, wenn ihr auch frei ein bisschen Spaß dabei habt usw. Aber ich rede ganz offensichtlich nicht über Privatvergnügen und Spaß usw. Das ist doch jetzt Arbeitszeit und diese Zeit muss ja auch irgendwie reingeholt werden. Und deswegen überlegt euch mal, was euer tatsächlicher Stundensatz ist. D.h. wenn ihr, keine Ahnung, 200 Stunden im Monat arbeitet, 4.000€ Umsatz macht, aber um die 4.000€ zu verdienen, ihr habt einen 100€ Stundensatz, rechnet jetzt 40 Stunden ab, mal 100€. D.h. ihr habt nur 40 Stunden effektiv gearbeitet, aber 200€ auf Buchhaltung gemacht und Akquise und an eurer Webseite rumgebaut usw., dann habt ihr halt einfach nur 20% von der Zeit, die ihr insgesamt gearbeitet habt, für einen Kunden abrechenbar gearbeitet. D.h. tatsächlich der Stundensatz liegt dann aber natürlich deutlich niedriger und liegt eigentlich bei 20€ und nicht bei 100€. Das ist relativ wichtig zu wissen, weil dann kannst du dir überlegen, ob es sich lohnt, für den Stundensatz das abzugeben. D.h. dann kannst du dir überlegen, okay, brauche ich einen Buchhalter? Wie teuer wäre dann ein Buchhalter? Wie lange würde ich selbst da dran sitzen pro Monat? Und was wäre quasi mein Budget? Wenn das jetzt beispielsweise bei meinem internen Stundensatz über alles hinweg 50€ ist und ich brauche 3 Stunden im Monat für meine Buchhaltung, dann kann ich das halt abgeben. Ich finde das immer so ein bisschen, man belügt sich selbst, wenn man quasi seinen höchsten Stundensatz, den man an den Kunden abrechnen kann, den als Benchmark nimmt. Weil ganz ehrlich, wenn man so sehr ausgebucht ist, dass man nahezu 100% quasi für den Kunden arbeitet, das gibt es, dann herzlichen Glückwunsch, dann kannst du so rechnen. Ansonsten musst du deinen echten Stundensatz nehmen und nicht den, den du in spitzen, top ausgebucht Zeiten an den Kunden abrechnen kannst. Biba Buba sagen, ganz ehrlich, mir ist eure Steuerrücklagenkalkulation zu grob, ich bleibe meinen Excel-Listen. Aber ich bin da auch zu sehr Control-Freak. Ich möchte auch niemanden davon bekehren, die Excel-Listen zu lassen. Biba Buba, ich wäre tatsächlich sehr, sehr interessiert tatsächlich daran, mal deine Excel-Liste zu sehen. Wenn du mich daran teilhaben lassen möchtest oder dir auch mir mal sagen möchtest, was wir in unserer Berechnung besser machen können, schreib uns mal in der Contest App im Chat. Also wenn du Bock hast, mit mir darüber zu reden, dann quatschen wir mal, was wir da auch besser machen können. Ich habe da natürlich auch meine Liste, was ich gerne besser hätte, aber am Ende bauen wir das Ganze ja nicht, damit es mir gefällt, sondern damit es dir gefällt. Sehr schön. Genau, das ist die Überlegung, die du dir stellen solltest beim Outsourcen. Und dann gehe ich mal die einzelnen Punkte durch, also was du eigentlich brauchst. Bankkonto. Ganz ehrlich, Bankkonto solltest du outsourcen. Ein Bankkonto nicht outgesourcen zu haben, ist schwierig, ein eigenes Bankkonto zu entwickeln. Wichtig ist bei einem Bankkonto halt, dass du ein Bankkonto speziell für Selbstständige hast. Bitte nicht irgendein Privatkonto umfunktionieren, habe ich persönlich auch gemacht. Ich habe mein erstes Bankkonto, also mein erstes Geschäftskonto, was ich genutzt habe, war mein Comdirect-Konto, was ich vorher als Privatkonto eröffnet habe. Das ging genau vier Monate gut und dann haben sie mir es gekündigt, weil ich halt nicht mehr einen Gehaltseingang pro Monat hatte, sondern ein paar Rechnungseingänge hatte und deutlich mehr Ausgänge und so weiter, haben sie mir einfach rausgeworfen. Das kann leider immer passieren, wenn man das Privatkonto nimmt. Genau, deswegen wird euch jetzt nicht überraschen, dass ich Kontist empfehle. Buchhaltung könnt ihr selber machen. Und zwar ist da meine Empfehlung LexOffice. Ihr könnt das natürlich auch mit Debitor, mit Safdesk, mit Papierkram, mit Fastpill, mit was auch immer es da gibt. Da gibt es ganz viele. Meine persönliche Empfehlung ist LexOffice, wenn ihr es selber machen wollt, nutzt LexOffice. Wenn ihr es outsourcen wollt, gebt ihr das an einen Steuerberater oder einen Buchhalter. Und das ist ganz wichtig, das ist auch nicht das Gleiche. Ein Steuerberater ist halt derjenige, der auch rechtlich komplett die Verantwortung für alles übernimmt. Oder ihr habt einen Buchhalter, das ist mehr so eine, ich möchte den Buchhalter jetzt nicht herabsenken, aber das ist so ein bisschen eine Assistenzdienstleistung. Das heißt, ihr seid nach wie vor vollständig verantwortlich für alles, was da passiert und so weiter. Ihr habt aber jemanden, der euch ein bisschen zuarbeitet. Das ist quasi ein Buchhalter, wenn ihr beispielsweise bei einem Bilanzbuchhalter seid. Philipp sagt auch, LexOffice harmoniert gut mit Contest. Genau das ist auch der Plan, also wir gehören quasi zusammen. Das ist so ein bisschen die gleiche Familie. Haufe LexWare steckt hinter LexOffice, wie der Name schon sagt. Haufe LexWare steckt aber auch zum Teil hinter Contest. Das heißt, wir haben tatsächlich über Monate, wenn nicht sogar Jahre hinweg, quasi auch ein gemeinsames Büro gehabt, wo wir gemeinsam an der Integration gearbeitet haben und so weiter. Das heißt, auch ein Teil von Contest gehört zu LexOffice, Haufe LexWare. Das heißt, deswegen funktioniert die Integration sehr, sehr gut und deswegen ist es auch ein bisschen meine Empfehlung. Und es ist ehrlich damit das beste Buchhaltungsprogramm. Genau, so viel zur Buchhaltung. Jahresabschluss, Einkommensteuererklärung, Jahresabschluss, Einnahmenüberschussrechnung. Das könnt ihr selber machen mit LexOffice. Auch das, da habt ihr den Reports, da habt ihr das alles schon da. Oder euer Steuerberater macht das. Das ist etwas, das kann euer Buchhalter quasi schon mal nicht mehr machen. Der kann euch natürlich irgendwie zuarbeiten, aber das ist das, was ein Buchhalter nicht mehr darf. Die betrieblichen Steuererklärungen würde ich euch empfehlen, wenn ihr sie selber macht. Das heißt, an alle Leute, die quasi selber machen, empfehle ich meistens Smartsteuer. Das Problem ist so ein bisschen, dass es da sehr, sehr, sehr aufwendig ist. Ich weiß, dass Smartsteuer daran arbeitet, aber es gibt noch keine wirklich schöne Lösung, wie man eine Umsatzsteuererklärung, Gewerbesteuererklärung selber machen kann. Im Zweifel überlegt ihr Elster online und dann müsst ihr Formulare selber ausfüllen. Das ist tatsächlich super ätzend, da gibt es fast gar kein Angebot. Und deswegen ist Smartsteuer auch fast das Einzige, was man da machen kann. Ihr mit auch Taxfix, Steuerbot, Wundertax, Steuersparerklärung, Lidl, Aldi, Penny, Rewe. Alle verkaufen ja irgendwelche Steuererklärungsprogramme. Damit könnt ihr alle eure Umsatzsteuer- und Gewerbesteuererklärung eigentlich nicht machen. Könnt ihr eigentlich alles komplett vergessen durch die Bank weg. Smartsteuer ist da noch am ehesten das Tool, mit dem ihr das machen könnt. Und eure private Steuererklärung, da könnt ihr alle genannten einfach nutzen. Problem ist, meistens nicht als Selbstständige. Das heißt, größtens mit, glaube ich, Marktführer als Taxfix könnt ihr nicht als Selbstständiger eure Steuererklärung damit machen. Deswegen auch da am ehesten Smartsteuer. Smartsteuer gehört übrigens auch zu der ganzen Haufe-Lexwerf-Familie. Deswegen ist die Integration tatsächlich zwischen Contest und LexOffice ganz gut und LexOffice und Smartsteuer auch ganz gut. Oder auch da habt ihr einfach einen Steuerberater, der alles macht. Jetzt ist die große Frage, was kostet der ganze Spaß? Wenn ihr es grundsätzlich außerhalb von Contest auslagert, dann zahlt ihr 9€ für das Konto, bei uns zumindest. Es gibt auch einige Sparkassen, da zahlt ihr 30, 40, 50, 60€. Ich möchte jetzt nicht Sparkassen fertig machen. Es gibt auch traditionellere Banken, da ist es ein bisschen teurer. Es gibt auch tatsächlich ein paar Bankkonten, da ist es for free. Das ist dann meistens aber auch ein begrenztes Angebot und so weiter. Keine Ahnung, 9€ kostet Contest Premium, deswegen habe ich das mal genommen. Wenn ihr einen separaten Buchhalter habt, das heißt monatlich zahlt ihr dann ungefähr 30-100€ pro Monat. Je nachdem wie viele Transaktionen ihr habt, je nachdem wie viel Umsatz ihr macht und so weiter. Es kommt ein bisschen darauf an, bei wem ihr das auslagert und wie der oder die abrechnet. Und dann kommt nochmal on top für die ganzen Steuererklärungen, je nachdem. 2-3 Steuererklärungen, das sind auch nach Gegenstandswerten und so weiter. Steuerberater rechnen meistens irgendwie nach Gegenstandswerten zwischen 600-2000€ pro Jahr. Das sind insgesamt, also ein bisschen selber könnt ihr das ausrechnen. Ich bin jetzt von einem sehr günstigen Fall ausgegangen, 2.000€. Ich kann euch aber auch sagen, wenn ihr jetzt eine aufwändige Steuererklärung habt und jetzt noch Kapitaleinkünfte und sonstige Veräußerungsgeschäfte und all das auch noch alles habt, dann sind das wahrscheinlich mehr 3.000-4.000€ pro Jahr. Aber so ungefähr 2.000-2.500€ ist so ganz grob das. Mag auch mal, wenn man irgendjemanden privat persönlich schon lange kennt, dann kann es auch sein, dass es jemanden gibt, der das ein bisschen günstiger macht. Das ist quasi so das Benchmark ungefähr das. Wir haben da natürlich relativ viel Research gemacht, deswegen kosten wir auch ein bisschen weniger 1,8€ im Jahr für alles, außer bis Gründer oder letztes Jahr schon dabei gewesen usw. Selber machen kostet 9€ für Bankkonto, Buchhaltung 18,90€, Steuererklärung 34,99€, zumindest Stand gestern für Smartsteuer. Und das sind meine 3 Tools, die ich da empfehlen würde. Es kostet insgesamt 370€, wenn ihr es quasi komplett selber machen wollt. Das heißt, für diejenigen, die gerade neu gegründet haben und sich unsicher sind, was wäre denn eigentlich ideal, wäre das vielleicht ganz interessant. Und an dieser Stelle möchte ich euch gerne erstmal etwas vorstellen. Und zwar möchte ich euch vorstellen, wie unser Buchhaltungsprogramm aussieht. Also wir haben quasi den Kontist Buchhalter neu gelauncht. Das heißt, dann habt ihr ein Bankkonto und die Buchhaltung und macht quasi die Steuererklärungen selbst. Wie gesagt, es ist ein bisschen tricky, welches Tool ihr nutzt usw. Aber wenn ihr zum Beispiel auch einen Steuerberater noch habt und sagt, ich will einfach nur meine Buchhaltung abgeben und ich will eigentlich nur hier die 9€, 18€, das irgendwie, das sind zusammen 19, jetzt muss ich rechnen, 28€. Ich würde das aber gerne mal abgeben und zwar zeige ich euch einmal eine neue Funktion. Alle übrigens, die den Steuerplan haben, die kriegen das natürlich auch. Das sieht in Zukunft so aus und zwar so wird in Zukunft die Kontist Browser-Version aussehen. Das heißt, wenn ihr euch da einloggt, dann seht ihr hier eine ganze Reihe an Möglichkeiten. Ihr seht links Banking, Rechnungen, also Banking, logisch alle Banktransaktionen. Ihr seht Rechnungen, da könnt ihr eure Rechnungen schreiben und jetzt haben wir da was reingebaut und zwar Buchhaltung. Ihr könnt jetzt auch nur eure Buchhaltung an uns abgeben und dann gibt es den Steuerservice, das ist quasi das All-Inclusive-Paket. Da habt ihr auch die Steuerberatung, die Steuererklärung usw. drin. Was ihr habt, wenn ihr quasi Buchhaltung macht, ihr nutzt einfach das Kontist Konto für alles, Geld rein, Geld raus. Ihr könnt Rechnungen schreiben, nutzt das Bankkonto, kriegt eine Karte usw. Ihr könnt dann da alle Belege hochladen und einmal im Monat oder einmal im Quartal, je nachdem wann ihr eure Umsatzsteuer-Vormeldung abgeben müsst, bekommt ihr so eine Benachrichtigung. Hier seht ihr ein Bild, das ist schon ein bisschen älter, aber es soll mich darstellen. Ich glaube, das gilt tatsächlich für jeden. Das heißt, ihr müsst jetzt alle leider jeden Monat, wenn es um die Umsatzsteuer geht, mein Gesicht sehen. Das heißt, das sieht dann hier so aus, dass euer Buchhalter euch quasi mitteilt, Mensch, deine Umsatzsteuer-Vormeldung steht bereit, schau sie dir doch mal an. Weil in diesem Paket, also im Buchhaltungsplan, sind wir nur dein Buchhalter. Das ist nicht Steuerberatung, wo wir auch deine Steuererklärung mitmachen, sondern das ist einfach nur deine regelmäßige Buchhaltung und dann musst du quasi auch dafür sorgen, dass du deine Umsatzsteuer-Vormeldung abschicken kannst. Klar kannst du uns da auch überall reichen, aber du kannst beispielsweise monatlich, quartalsweise dann sagen, okay, zeig mir die Umsatzsteuer-Vormeldung, zeig mir mal, wie das aussieht. Dann habt ihr quasi so ein Screen. Dann seht ihr oben natürlich, wie viel müsst ihr eigentlich zahlen. Ihr seht weiter unten alle Transaktionen. Das heißt, ihr seht es auch aufgelistet nach Bürokosten. Ihr habt auch hier die Möglichkeit, das umzuändern. Wenn ihr sagt, ah, hier mein Buchhalter, also mein Kontist-Buchhalter hat da nicht recht gehabt, könnt ihr das nochmal ändern. Seht aber ansonsten alles schön kategorisiert und so weiter. Wenn ihr da durch seid und sagt, okay, Kontist-Buchhalter hast du gut gemacht, dann kannst du die Umsatzsteuer-Vormeldung bestätigen. Wichtig hier, sagt er dir nochmal, Achtung, wir schicken das jetzt ab. Das heißt, du kannst da dann keine Veränderung vornehmen. Natürlich, wenn du es übermittelt hast ans Finanzamt, dann ist es beim Finanzamt. Das heißt, du darfst, musst hier bitte noch einmal bestätigen, sonst, also manchmal klickt man ja daneben. Es wäre ärgerlich, wenn wir das Finanzamt dann irgendwas übermitteln. Das heißt, du bestätigst noch einmal, dass du das übermittelt hast und dann ist es übermittelt beim Finanzamt. Das ist quasi der neue Workaround, das ist quasi der Kontist-Buchhalter. Ganz neu, neuer Plan, wir machen nur für dich die Buchhaltung, nicht die Steuererklärung. Und dann siehst du hier quasi auch die Historie aller Umsatzsteuer-Vormeldungen, die du quasi mit Kontist übermittelt hast. Du brauchst dann kein LexOffice mehr, du brauchst kein Debitor mehr, du brauchst kein anderes Tool mehr. Du kannst quasi einfach hier rüber deine Rechnung schreiben, du kannst da drüber deine Rechnung, also die Unterlagen lädst du eh alle da hoch. Und dann gibt es einen Buchhalter im Hintergrund, das ist so wie so ein, ich würde mal sagen, ein fachlicher, virtueller Assistent, der bucht dir das alles vor. Und du guckst dir das an, übermittelst das, wenn du dann später auch nochmal, also du kannst dir natürlich auch das Übertragungsprotokoll anschauen und so. Aber du kannst dir auch später dann nochmal anschauen, was war denn da nochmal drin und siehst dann quasi das Ganze, was denn da in der Umsatzsteuer-Vormeldung drin war. Das heißt, dieser Plan ist ein reiner Buchhaltungsplan. Das heißt, auch wenn du sagst, Steuererklärung, Steuerberatung bei Kontist, das ist zwar eine gute Idee, ist mir aber ein bisschen zu viel. Oder ich bin noch in Gründung, habe niedrige Umsätze und so weiter, kannst du auch nur die Buchhaltung abgeben. Dann wird da die Buchhaltung gemacht und du kriegst quasi einmal im Monat oder einmal im Quartal, je nachdem wie dein Vormeldezeitraum ist, die Info hier, deine Umsatzsteuer-Vormeldung ist fertig. Und das Ganze für standardmäßig 39 Euro im Monat. Ihr braucht dann nichts anderes mehr. Das heißt, ihr könnt das quasi da komplett abgeben an uns. Was hier nochmal ein wichtiger Faktor ist, ihr könnt natürlich, ihr macht unterjährig die Buchhaltung und so weiter, wenn ihr dann die Steuererklärung braucht, dann könnt ihr natürlich auch jederzeit uns schreiben und sagen, ich dachte, ich mache die Steuererklärung selbst, jetzt mache ich sie lieber selbst und dann zahlt ihr quasi einmalig noch den Differenzbetrag für die Steuererklärung. Dann müssen wir sie halt noch machen, aber die Daten sind quasi einfach schon mal bei uns und dadurch geht das Ganze effizienter und schneller, weil ihr quasi ein System braucht und ihr habt alles an einem Ort. Hello Viking fragt, wie sieht es mit Bilanzierung aus? Bilanzierung kommt. Heute noch nicht. Wir haben morgen nochmal ein ausführlicheres Meeting, Vor- und Nachteile und so weiter. Das ist halt einfach ein bisschen mehr Arbeit und ein bisschen mehr Aufwand, aber Workflows und ein bisschen andere. Aber steht auf der Agenda, dass diese Qualifizierungsfrage oder dass dieser Ausfilterszenario, dass das fallen soll. Das ist halt jetzt ab jetzt noch nicht. Wenn du uns jetzt noch ein paar Wochen, ein paar Monate Zeit gibst, dann wird das aber auf jeden Fall kommen. Zum Thema Bilanzierung. Gerade wenn man umfirmiert, also umfirmiert heißt ja grundsätzlich erstmal, ich habe auch eine andere Rechtsform und so weiter. Das muss man nicht automatisch machen. Das ergibt vielleicht eventuell irgendwann Sinn aus Haftungsgründen, wenn man Holdinggründen wird, also wenn es deutlich größer wird, dann lohnt sich das. Ansonsten ist es aber so, wenn man diese Umsatzgrenze beispielsweise als Gewerbetreibender dauerhaft über 60.000 Euro Jahresgewinn macht, dann wird man bilanzierungspflichtig. Ihr müsst das aber erst berücksichtigen, wenn das Finanzamt euch tatsächlich auffordert dazu. Das heißt, normalerweise hat man da so ein bisschen auch noch Zeit, bis man dazu aufgefordert wird, weil ihr ja nicht, also das Finanzamt weiß ja unter Umständen noch nicht, dass ihr dieses Jahr darüber sollt, sondern erfährt das erst mit der Steuererklärung. Das heißt, wenn ihr dieses Jahr darüber seid und die Steuererklärung als Ende nächstes Jahr macht, dann kriegt ihr erst die Aufforderung quasi für übernächstes Jahr, das zu machen. Wenn ihr dann die Steuererklärung noch ein bisschen später macht, dann halt erst danach. Das haben wir übrigens bei allen Kunden schon auch im Blick, dass die, die quasi sich an der Grenze sind, da würden wir unter Umständen dann mit euch reden. Dann haben wir das natürlich im Blick, wollen wir jetzt die Steuererklärung lieber ein bisschen später machen, weil danach hast du einfach mehr Aufwand mit der Buchhaltung, wäre dann unter Umständen auch nochmal ein bisschen teurer und so weiter. Ist für euch ungünstig, ist für uns ungünstig und so weiter. Jessica fragt, was kostet dann das Gesamtpaket mit Steuern und Buchhaltung bei euch? Michelle, da müsstest du bitte noch einmal, also Jessica, die Info findest du auch auf unserer Webseite, aber Michelle, vielleicht suchst du mal kurz den Link raus für die Landingpage für den Gesamtsteuerplan. Jessica, kommt ein bisschen darauf an, für Gründer haben wir noch einen Special Deal, da kannst du es ab 79 Euro bekommen, wenn du ein Kleinernehmer bist oder das nebenberuflich machst, gerade gründest und so weiter. Standard ist 149 Euro im Monat, das heißt, wir kosten 1800 Euro für alles all inclusive. Dann hast du wirklich dein Bankkonto, dann hast du dein Rechnungstool, dann hast du deine Buchhaltung, dann hast du deine Einnahmenüberschussrechnung, deine betriebliche Steuererklärung, deine Privat. Alles drin quasi, alles muss ich auch ein bisschen einschränken, wenn du ganz separat aufwendigen Beratungsaufwand hast, dann wäre das nicht drin, aber das ist so kalkuliert, dass 90, 95 Prozent unserer Kunden quasi mit 150 Euro, 149 Euro im Monat quasi dabei sind. Sarah schreibt, sowas, was Philipp beschreibt, fehlt mir auch, gegebenenfalls Ausgaben taggen und dann frei filtern. Philipp, genau das, was ich insgesamt die Ein- und Ausgaben von einem bestimmten Zeitraum mir anzeigen lassen kann. Philipp, ja, also genau an sowas ähnliches denke ich nämlich auch und zwar geht es darum, wir wollen ja auch das ganze Thema Auswertungen und auch so monatliche Reports und BWAs und so weiter erstellen, dass man schöne Grafiken hat, aber auch drin rumklicken kann und tatsächlich auch filtern kann. Weil ich finde es zum Beispiel wahnsinnig spannend, wenn ich zum Beispiel meine Telefonkosten habe und das schwankt, will ich wissen, warum. Was ist da eventuell drin, was hat sich verändert, habe ich, bla, das will man sich da selber auch mal anschauen. Und genau das wollen wir in so einer Übersicht haben. Das ist jetzt aber noch im Design und Ding, da wird dieses Jahr auf jeden Fall, wird auch in der Navigation, in der Darstellung wird sich noch ein paar Sachen ändern. Wie das exakt aussieht, das könnt ihr vielleicht mal dazu sagen, was haltet ihr eigentlich generell davon? Ich habe euch ja jetzt was gezeigt, das hat jemand anderes woanders noch nicht gesehen, weil das ist jetzt gerade noch da. Das ist eine Demo, das heißt, ich kann euch jetzt darauf upgraden, wenn ihr daran Interesse habt, dann könnt ihr euch einen Termin buchen. Wir erklären euch kurz und zeigen euch, wie diese Buchhaltung, also Banking-Buchhaltung in einer Lösung, wie das aussieht. Das heißt, 39 Euro, dein Buchhalter kümmert sich um alles und du machst die Umsatzsteuer-Voranmeldung. Wie der Plan aussieht, wie das sich dann alles verhält, das können wir dir gerne erklären. Du findest den Link auch nochmal, den findet ihr auch unter diesem Video einmal verlinkt. Das können wir tatsächlich, das kann ich euch zeigen, aber wie findet ihr das, wenn ich euch regelmäßig auch so ein Preview gebe, dass ich sage, guck mal, so sieht das aus, daran arbeiten wir gerade und so weiter. Weil da haben wir tatsächlich intern auch gesprochen, ob das nicht ganz cool wäre, dass wir regelmäßig so ein Sneak-Preview, dass wir das auch vielleicht mal diskutieren in der Runde. Das wäre so die Frage, ob ihr daran Interesse habt. Ansonsten möchte ich euch aber auch nicht Vorhallen halten. Gerade für die Leute sieht es so aus, als wenn ich hier nur Contest pitchen möchte. Das ist nicht der Fall. Ich habe nämlich tatsächlich intern durchaus Befürworter, auch aus dem Product-Team, die das gerne mal zeigen würden ab und zu. Und auch mal, weil das Feedback, wie gesagt, habe ich vorhin schon gesagt, wir bauen es ja nicht für uns. Ich bin zwar auch in meinem Leben irgendwie insgesamt 15 Jahre selbstständig mehr oder weniger gewesen und auch jetzt nebenbei. Und meine Frau ist auch selbstständig. Ich habe zwar auch schon mal Buchhaltung gemacht und musste mich da selber darum kümmern und so weiter. Aber am Ende machen wir das Ganze ja nicht, damit es mir gefällt, sondern damit es euch gefällt. Jetzt würde ich aber tatsächlich gerne nochmal rüberspringen in meine Präsentation, weil ich habe noch für alle diejenigen, die nicht bei uns sind, sondern die einen separaten Steuerberater haben, auch nochmal ein paar Tipps und Tricks, die ich euch mit auf den Weg geben würde. Wenn ihr einen Steuerberater habt und ihr das Gefühl habt, dass er ein bisschen teuer ist, dann erster Punkt, mit dem ihr quasi eurem Steuerberater weniger Arbeit machen könnt, ist, dass ihr ein separates Geschäftskonto habt. Weil auch, ich habe früher Buchhaltung gemacht und wenn 50%, 40%, auch nur 30% der Transaktionen, Privattransaktionen ist, musst du sie dir trotzdem alle angucken. Das ist Arbeitszeit für deinen Steuerberater, für deinen Buchhalter, der dann natürlich der Zeit verbraucht, der auch irgendwie bezahlt werden muss. Das heißt, wenn ihr ein separates Geschäftskonto habt, wo alle geschäftlichen Ausgaben drauf sind, dann ist das für euch günstiger. Das heißt, saubere Trennung macht es grundsätzlich günstiger. Wenn ihr die Unterlagen sortiert nach Vorgabe des Steuerberaters, es gibt eigentlich mehrere Möglichkeiten, wie man sortiert, aber normalerweise, wenn ihr eine Einnahmenüberschussrechnung macht, dann ist immer die Bankkontotransaktion wichtig und legt quasi dahinter. Ich hoffe nicht, dass ihr es physisch macht, dass ihr ein Bankkonto habt und dahinter die Rechnung packt. So hat man es früher gemacht bei Einnahmenüberschussrechnung. Das macht ihr aber virtuell auch bei uns. Das heißt, wenn ihr eine Bankkontotransaktion habt und ihr dazu die Rechnung hochlädt, dann ist das entscheidend. Wenn ihr Bilanzierung seid, dann habt ihr eigentlich drei, im übertragenen Sinne, drei unterschiedliche Stapel. Und zwar einmal eure Rechnungen, einmal eure Ausgangsrechnung, einmal eure Eingangsrechnung und die Bankkonto. Und dann müsst ihr so offene Posten, offene Forderungen und Verbindlichkeiten immer abgleichen und so weiter. Das spart auch eine Rechnung. Das heißt, auch wenn ihr bei einem anderen Steuerberater seid, fragt, wie ihr die Unterlagen haben möchtet und sortiert sie halt einfach vor genauso. Weil der Steuerberater, der knöpft euch unter Umständen 150 Euro die Stunde für Unterlagen sortieren ab. Das könnt ihr auch unter Umständen selber machen oder jemand anderes günstiger machen lassen. Buchhaltung, wenn ihr die quasi selber macht oder einen separaten Buchhalter habt. Also wenn ihr einen gesamten Steuerberater habt, der alles macht und ihr sagt, ich wollte es aber günstiger haben. Könnt ihr überlegen, ob ihr die Buchhaltung nicht an den Buchhalter gebt, der ein bisschen günstiger ist. Oder ob ihr einen separaten Buchhalter nehmen könnt, der ein bisschen günstiger ist, der vielleicht, keine Ahnung, pro Stunde nur 60, 70 Euro kostet. Meine Buchhalterin, für eine meiner Firmen, die ich habe, habe ich eine Buchhalterin, die kostet 60 Euro die Stunde. Und mein Steuerberater kostet halt das Dreifache, glaube ich, fast Zweieinhalbfache. Ist auch okay. Die Buchhaltung wird halt von jemand anderem gemacht. Was du aber auch machen kannst, und das ist halt jetzt die Möglichkeit, die du auch mit Contest mal haben kannst, du kannst auch die laufende Buchhaltung einfach, da wo du dich ein bisschen unsicher fühlst, die kannst du von einem Steuerberater oder von einem Buchhalter machen lassen. Zum Beispiel von uns. Zu einem Preis monatlich zahlst du da einfach 39 Euro und machst einfach die ganze Steuererklärung selbst. Wenn du sagst, wenn die Buchhaltung erledigt ist, da jetzt irgendwo das bei Smartsteuer einzugeben, das kriege ich auch selber hin, dann zahlst du halt nur 39 mal 12 bei uns jetzt, das sind knapp 500 Euro, und bist dann quasi damit durch und musst dann quasi einfach nur die Steuererklärung selbst machen, wäre dann natürlich auch günstiger. Grundsätzlich, wenn ihr mit einem Steuerberater sprecht, geht nie rein in ein Gespräch, wo ihr sagt, das ist mir aber zu teuer, kann ich nicht bezahlen oder das ist ja nicht wert oder den Satz, den Steuerberater gar nicht gerne hören ist, aber für die drei Klicks so viel abrechnen, das mögen die nicht. Wenn ihr etwas wollt und den Preis drücken wollt, fragt immer, das ist außerhalb von meinem Budget, was kann ich denn noch machen, um ein wenig weniger zu zahlen. Das funktioniert quasi fast immer. Das heißt, wenn ihr sagt, wenn ihr quasi hingeht, was kann ich denn noch abnehmen, was kann ich denn zuarbeiten, wie kann ich dir denn es so einfach wie möglich machen, quasi das für mich zu machen, dann ist die Verhandlungsposition eine ganz andere, weil dann ist quasi die Bringschuld, die Erklärschuld quasi bei dem Steuerberater zu erklären, was ihr denn machen könnt, damit er weniger Arbeit hat. Und dann habt ihr dieses ganze Preisgespräch auf eine komplett andere Ebene gezogen. Verratet bitte nicht unseren eigenen Sales Leuten, dass ich euch das versprochen habe, wenn ihr noch nicht Steuerkunde seid, ihr aber Interesse daran habt und euch ein Gespräch bucht. Verratet denen bitte nicht, dass ich euch das gesagt habe. Funktioniert aber auch überall anders. Ihr könnt auch mit einem anderen Steuerberater reden, egal wo. Das wird überall besser funktionieren. Und bitte, wenn ihr irgendwo bei anders, also wir haben grundsätzlich Pauschalpreise, das heißt, ihr wisst vorher, was ihr zahlt. Es ist ganz häufig so, dass Steuerberater nach Gegenstandswerten abrechnet und so weiter und dann ist man manchmal negativer überrascht von der Steuerberaterrechnung als von der Steuerzahlung. Und damit das nicht passiert, solltet ihr vorher eine Zusicherung irgendwie haben. Was kostet das? Das ist fast unmöglich, auf alles anzuwenden. Ich kann euch ein Beispiel sagen, wenn ihr eine Betriebsprüfung habt, das kann man nicht vorhersehen. Das heißt, wenn euch einer eine Pauschale gibt, wo ausnahmslos alles drin ist, dann zahlt ihr hundertprozentig fast immer zu viel. Weil dann ist natürlich der Dienstleister, also der Steuerberater überlegt sich dann natürlich alles einzupreisen und will auf alle Eventualitäten, die aber in der Regel fast nie auftreten oder nur alle 50 Jahre mal auftreten, vorbereitet sein und wird das einpreisen. Wird nicht zu euren Gunsten sein, aber nehmt einen Pauschalpreis für alle alltäglichen Aufgaben. Das ist zum Beispiel das, was wir gemacht haben. Unser Preis ist so, dass ungefähr 90% der Fällen seid ihr vollkommen fein mit den monatlichen Pauschalen. Nämlich am Anfang, als wir den Service gestartet haben, haben wir gefragt, was interessiert euch, was braucht ihr und wollt ihr pauschal, wollt ihr nach Gegenstandswert, wollt ihr nach Zeitaufwand und so weiter. Und die allermeisten haben gesagt, bitte Pauschale, ich will Planungssicherheit haben. Und deswegen haben wir gesagt, okay, versuchen wir so weit wie möglich diese Pauschale zu machen. Natürlich können wir dir auch helfen bei deiner Betriebsprüfung. Natürlich überhaupt gar kein Problem, aber es wird halt ein bisschen, da werden wir dann halt dir vorher nochmal ein Angebot machen. Es kommt ein bisschen auf andere Situationen an, wie umfangreich die Prüfung ist und so weiter. Aber da können wir dir selbstverständlich auch helfen. Das wird dann aber eher nach Aufwand on top abgerechnet. Statistisch gesehen werden kleine Selbstständige alle, ich glaube, 78 Jahre geprüft. Kommt ein bisschen aus dem Bundesland drauf an und so. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ihr jetzt eine Betriebsprüfung habt, die nächsten Jahre, ist doch relativ niedrig. Zumindest, wenn ihr mal alles pünktlich abgibt. So viel eigentlich von meiner Seite für heute. Wenn da keine Fragen sind, dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen, ich bedanke mich herzlich bei euch. Wie gesagt, wenn ihr am Steuerservice interessiert seid, dann klickt doch auf den Link, der weiter oben steht. Sehr gerne übernehmen wir den ganzen Quatsch für euch. Und Buchhaltungsplan, jetzt neu, ich habe euch die Bilder gezeigt, übernehmen wir gerne einfach die Buchhaltung für euch und die Steuererklärung selbst. Das ist gerade so für Gründer ganz interessant oder wenn ihr nebenberuflich selbstständig seid, dann macht ihr vielleicht sowieso schon eine Steuererklärung, weil ihr eure Steuern wiederholen wollen für eure Angestellten-Tätigkeit und so weiter. Macht das einfach weiter. Was auch ein Anwendungsfall ist, tatsächlich, wenn ihr regelmäßig, oder wenn zum Beispiel Ehepartner auch selbstständig ist und ihr nur die Buchhaltung machen müsst und ihr habt einen Steuerberater, der das andere sowieso alles macht, dann ist der Buchhaltungsplan eigentlich ideal für euch. Da bucht einfach ein Gespräch, stellt uns alle Fragen, die ihr braucht. Ihr könnt das auch übrigens in der App. Also wenn ihr sagt, Merchow hat uns jetzt alles gezeigt, hör auf drum zu labern, was soll ich jetzt machen, geht einfach in die Browser-Version, loggt euch bei Contos ein, da könnt ihr das auch einmal selber buchen. Natürlich missbrauchen wir dann nochmal ein paar Unterlagen, ein paar Daten und Informationen von dir, aber du musst jetzt auch nicht zwingend mit irgendeinem komischen, die sind nicht komisch, die sind sehr lieb, mit irgendeinem Vertriebsmitarbeiter reden. Die sind alle sehr, sehr, sehr lieb und sehr, sehr kompetent. Und ich möchte kein schlechtes Wort darüber, über die verlieren, aber ihr könnt das auch einfach über die Browser-Version. Das heißt, loggt euch einfach bei Contos in der Web-App ein, dann könnt ihr euch da einfach upgraden und dann seid ihr quasi Buchhaltungskunde. Und dann braucht ihr auch, auch jetzt bei 39 Euro, wenn ihr das mal gegenüberstellt, was zahlt ihr eigentlich gerade für LexOffice oder Debitur oder Fastbill oder so, auch immer unter das Bankkonto. Für 39 Euro habt ihr alles zusammen in einer App in Contest. Schön, dass ihr da wart. Ich danke euch. Ansonsten, da ich jetzt noch diese Möglichkeit habe, würde mich sehr persönlich darüber freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Wir haben wahnsinnig tolle, spannende Videos vorbereitet, Homeoffice absetzen und Firmenwagen absetzen. Das alles findet ihr schon auf dem Kanal, kommen aber auch zwei, drei die Woche. Das heißt, wenn ich es noch nicht gemacht habe, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Ansonsten bedanke ich mich für eure Zeit, wünsche euch eine grandiose Woche, bleibt gesund und wir sehen, hören, schreiben uns hoffentlich bald. Ciao, ciao.